Ich lerne Deutsch. Nummer 2013 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das sind zu viele Fragen auf einmal. Das verwirrt mich total. Ich habe Schnupfen. Hast du ein Taschentuch für mich? Ich habe Schnupfen. Hast du ein Taschentuch für mich? Alle Augen sind auf die Person im Mittelpunkt gerichtet. Alle Augen sind auf die Person im Mittelpunkt gerichtet. Alle Augen sind auf die Person im Mittelpunkt gerichtet. Hast du Abfallsäcke gekauft? Unsere Vorräte gehen zur Neige. Hast du Abfallsäcke gekauft? Unsere Vorräte gehen zur Neige. Ich habe es geschafft. Ich habe meinen persönlichen Rekord um eine Sekunde unterboten. Warmes Wetter und Wind am Strand. Ich kann es mir nicht besser vorstellen. Warmes Wetter und Wind am Strand. Ich kann es mir nicht besser vorstellen. Irgendetwas stimmt nicht mit der Konstruktion. Ich hoffe, sie kippt nicht um. Irgendetwas stimmt nicht mit der Konstruktion. Ich hoffe, sie kippt nicht um. Irgendetwas stimmt nicht mit der Konstruktion. Ich hoffe, sie kippt nicht um. Bilde aus diesen Buchstaben möglichst viele verschiedene Wörter. Bilde aus diesen Buchstaben möglichst viele verschiedene Wörter. Von der Decke hängt ein Kronleuchter. Als wir im Urlaub waren, hatten wir ein Haus mit Garten. Der Garten führte direkt zum Meer. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Dem Fotografen gelingen immer wieder besondere Aufnahmen von mir. Dem Fotografen gelingen immer wieder besondere Aufnahmen von mir. Ich werde ganz verlegen, wenn du mir so viele schöne Dinge sagst. Ich werde ganz verlegen, wenn du mir so viele schöne Dinge sagst. Ein runder Tisch und vier weiße Stühle stehen vor einem roten Vorhang auf der Bühne. Auf dem Grundstück ist ausreichend Platz. Eine zweite Garage können wir problemlos einplanen. Ob beruflich oder privat, man kann mit dir auch über lustige Dinge reden. Ob beruflich oder privat, man kann mit dir auch über lustige Dinge reden. Ob beruflich oder privat, man kann mit dir auch über lustige Dinge reden. Mir geht es schon seit Wochen nicht gut. Ich habe Kopfschmerzen und bin deprimiert. Ich mache gerne Sport und tue gleichzeitig etwas für meine Gesundheit. Als Finanzberater versuche ich, Menschen davon zu überzeugen, in Bitcoin zu investieren. Als Finanzberater versuche ich, Menschen davon zu überzeugen, in Bitcoin zu investieren. Natürlich esse ich nicht nur Äpfel, aber ein Apfel hält definitiv gesund. Natürlich esse ich nicht nur Äpfel, aber ein Apfel hält definitiv gesund. Welche Erdbeeren soll ich kaufen? Die große oder die kleine Schale? Welche Erdbeeren soll ich kaufen? Die große oder die kleine Schale? Schau genau hin! In diesem Satz ist ein Fehler. Weißt du, wie man das Wort richtig schreibt? Schau genau hin! In diesem Satz ist ein Fehler. Weißt du, wie man das Wort richtig schreibt? Schau genau hin! Schau genau hin! In diesem Satz ist ein Fehler. Weißt du, wie man das Wort richtig schreibt? Das sieht gut aus, was du da machst. Kann ich dir helfen oder schaffst du das alleine? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und wenn du das unter some smilch zum нужden kannst. Ne meinen Schlaf! Und wenn du reinge Mogenschef! Ich nehme mal hin. Ich nehme mein Liebenschef! Ich nehme dich. Ich nehme die Tattoo! Vielen Dank.